wir haben alle aufträge geschafft und jetzt kümmern wir uns um die letzten pokémon ich wollte eigentlich schon direkt aufs film zu makwita gehen dann bin ich in Raum weiter gegangen und habe gesehen dass die Schnurrgäste ist der uns ebenfalls noch fehlt den Namen im Pokédex sogar hatten krass ich habe auch nachgezählt es müssten noch 40 pokémon sein oder so jetzt sind es 39 auf jeden fall waren wir gerade konkret auf der suche nach makwita für den finden radikal müssten wir schon mal haben ja was ich da scheiße ich gegen radikal kämpfen will haben wir ja glaube sogar storymäßig gebraucht oh mein gott ist ja hier war makwita ok wir machen chronologisch du kannst hier bekämen schon ganz lang auch ok verzeichnet wer kommt als nächstes die nummer 30 und 31 das ist die komplette linie ja ok mobile und mogelbaum ja ok stimmt mir fällt gerade ein wir müssen auch noch partner punkten wechseln stimmt kochner ich habe leider kein teleport punkt sprich ich muss so hier raus mobile gab es glaube ich auch in der ranger schule ne stimmt ich glaube ich werde in den brisefrost von von wie heißt es nochmal und habe ich den bruch ausgeben weil es auch ein pokémon dass wir noch nicht haben und es hat mich die sprache verschlagen als ich das gesehen habe es ist nämlich peinlich das ist mark b bei den habe ich mir gestern im letzten part noch so gesehen und gesagt ja ja den haben wir schon aber wie gesagt zuerst geht es nach schikolingen oder wartet wartet mobile müsste es eins hier geben ja was brauchen wir jetzt bei mobile geh doch mal weg brutalanda einlöschen ja ok schicki müsste einlöschen haben können wir uns direkt ein mobile holen so ich frage mich ob das hier der letzte part sein könnte obwohl ich das tatsächlich eher nicht glaube weil ich denke die legendären werden ein bisschen länger dauern schicki wo bist du ne mobile die babyversion von mogelbaum deswegen hat es zwar keine babyversion gebraucht aber es hat einen jetzt auch nach schikolingen dann mogelbaum den gibt es auf der krummer straße da kommen wir schnell von havertrück hin wenn wir uns mag wie zuerst fangen so kochner da muss als nächstes dran sein alle gut gelaunt hier ich war kochneraum ne die gute frau wie auch immer noch mal hieß hat uns ja noch von so morde 10 zu den richtig special ist wo wir selbst finden müssen ne den werden wir auch noch sehen aber da müsste ich erstmal googeln wo das ist fun fact ich nehme das immer noch in den sommerferien auf das ist der letzte teil das ist der 1. september den wir gerade haben heute ist so eine klaus wird online gekommen hawebrück mit mobile haben wir uns schon mal angesagt und ohne scheiß ich hoffe das jetzt da von mir aus gesehen der nintendo direct kommt ne wenn ihr das video seht dann wäre die längst gekommen schon ne ohne scheiß ich werde nicht SNL spiele für switch online das sind so ein must have titel die man da bringen könnte für Switch Online. Ganz ehrlich, um die Spontane zu nennen, Donkey Kong Country 1 bis 3, Super Mario World, F-Zero, Super Mario Kart, was weiß ich, ich wollte gerade Secret of Mana sagen, aber das gibt es ja schon mit der Mana Collection. Ähm, ich wollte ja noch Magpie fangen, stimmt. Geht das gell so, der Essen ist, muss man eigentlich RPGs bringen. Die Final Fantasy Teil, sprich 4, 5, 6. Fire Emblem könnte man bringen. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die Japaner in ihrem Switch Online angeboten Fire Emblem Spiele haben. Wir haben keine Fire Emblem Spiele vom NES. Ich weiß nicht, wer ist diese alten Klassiker mit englisch, mindestens englischer Lokalisierung spielen zu können. Ich meine, beim NES Mini, was ist ja doch auch scheißegal, ob sie jetzt Final Fantasy 1 in Japan bringen oder nicht. Dann haben sie das Spiel auch auf japanisch rausgepummen. Oder was für eine Fantasy 1? Oder die Dragon Quest Teile, stimmt. Hätte man ja auch fürs NES Minimal ausbringen können, so, RPGs und so, ne. Oder, keine Ahnung, was sie noch bringen könnten. Äh, Yoshi's Island, stimmt. Auch so ein Must-Have Titel. Was gibt's noch? Alter. Was hat der SNES noch für Spiele? Also, N460 würde mir direkt ein paar einfallen, aber SNES? Ne, ich bin halt mit der Wii und der Wii U groß geworden. Ja, stimmt, war's jetzt auch so ein Pokémon, dass wir noch nicht trauen. Ich bin halt mit der... Ich war auch ziemlich sicher, dass wir das schnappen. Ich bin halt mit der Wii, Wii U und beim 3DS aufgewachsen, ne. Deswegen, ich jetzt keinen so großen Grad zu diesen Spielen habe. Äh, es müssten mir halt doch schon einige einfallen. So, First-Party-Nintendo-Titel. Stimmt, selterliche Link to the Past. Wie lost bin ich denn eigentlich? Typische Link to the Past. Als ob ich die Rafaric noch nicht hab. Na, League to the Past, das fällt mir grad so spontan ein. Ansonsten, was gab's noch? Stimmt, man könnte die Satellarview-Spiele bringen. So wie diesen, äh, Zelda-1-Remake und so. Stimmt. Wohl Remakes von Spielen, die schon drauf sind, ne. Bisschen seltsam werden. Ich glaub, wir verstehen Gedankengang. Die Spiele kann man heutzutage nicht mehr legal spielen. Was echt schade ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, da waren ein paar gute Spiele dabei. Ich brauch ein Pokémon mit Löschen 2. Keine Ahnung. Hat Schelock löschen 2? Das muss ich mal nachschauen. Ja, Schelock hat löschen 2 und ist im Rieseforst. Ähm. Ach komm, sag mir nicht, das funktioniert mal wieder kurz nicht. Gehen wir halt nach Briesenau. Und holen uns einen Schelock. Ist von hier auch schneller. Aber ich hol mir zuerst auch noch einen Staraptor. Niemals ohne Staraptor Leute. Niemals ohne Staraptor Leute. Ich hab mir gesagt, dass immer noch Sonderferien sind bei mir. Aber keine Sorge, das ist der letzte. Also leider. Wenn ihr das hier seht, bin ich sowieso bald wieder in Ferien. Weil man irgendwie nach 6 Wochen Schule wieder in Ferien ist. Für 2 Wochen. Ich hab aber nichts dagegen. Obwohl es da gegen Ende natürlich scheiße ist. Weil man dann am Ende auf einmal 10 Wochen oder so Schule hat. Ich hab Glück da jetzt. Letztes Schuljahr ist die letzte Woche rausgefallen. Und hatte nur die ersten 2 Tage Prüfungen. Wo die Prüfungen die Woche davor hätten sein sollen. Am Ende der Woche. Ja, das Gebäude ist noch mal näher als Grafbrück. Aber ich wollte ja unbedingt noch einen Magpi fangen. Seht ihr irgendwie hier. Einen Pokémon fangen, kriegen wir noch die anderen. Die uns fehlen. Und sparen Zeit dadurch. Und sagen uns nicht, ne, die fangen wir später. Das ist ja komplett Quatsch. Wenn die schon auf dem Weg sind, dann nehme ich sie gern mit. Warte, das ist auch so ein Pokémon. Da sind mir die Haare auf den Kopf gefallen. Als ich gesehen hab, dass ich die noch nicht hab. Weil ich mir zu 100% sicher war. Dass ich schon mal alles gefallen hab. Dasselbe Girafalt. Das hab mich komplett überrascht. Mit Vespi Queen. Ähm, also. Wie ist das Ding nochmal? Keine Ahnung. Aber das haben wir ja schon. Definitiv. Das war dann im Auftakt. Ich kann ja gern noch mal draufklicken. Ich kann ja gern noch mal draufklicken. Ah, hier wär auch anders gewesen. Na ja. Ich will immer gern draufklicken. Ich will nur mit meinem Schillock das Mogelbaum. Ich will mit meinem Schillock was machen. Ah. Habe ich jetzt hoffentlich genug Zeit? Och komm Bruder. Ja komm. Wolltes Ding mal aus seinem Versteck. Nudelbaum. Dankeschön. Bis bald. Nudelbaum. Ich glaub es gibt das, ich hab grad gesehen, der ist anscheinend nur exzessiv bei den Boss Battle. Altrotum. Nicht Aufträge verzeige ich nicht. Mensch ich war es zu sehr gewohnt, aber Aufträge zu gehen. Aber jetzt haben wir die ja nicht mehr. Weil die kann ich auch im Menü speichern. Krass. Oder ist das so nach schnell speichern so. Weil sonst würden diese Einheiten keinen Sinn machen. Okay 41 ne. Schnurrgast hätten wir auch fangen müssen. Haben wir. So 41, 42 und. Ja, 43 ist Geovatia, das ist ein Kleinstang. Georock. Ozeanhöhle. Für Georock braucht man löschen zwei. Okay. Ich nehme ein Kleinstang zu löschen eins oder so. Aber anscheinend kriegt man Georock sogar vor Kleinstang. Was ein bisschen strange ist. Naja wir fahren noch, fliegen, nicht fahren. Wir fliegen noch mal nach Riesenau. Und unser löschen zwei Pokémon. Sprich Sherlock. Und gehen zu Georock. Das witzige ist, bei Georock schreiben die das Sinn, aber nicht bei den anderen. Mogelbaum, Moobail, da stand das nicht. Bei Kleinstein auch nicht, wo das auch der Fall ist. Ich war mir auch unsicher ob ich die schon habe, aber anscheinend nicht. Ich finde es aber gerade interessant, Tangela scheint nicht mehr zu existieren, ne. Tangela hat ja so eine richtig einzigartige Fähigkeiten, Ranger 1, ne. Mit diesem dran ziehen. Und ja ein paar mal benutzt gegen Wände. Alter. Oh mein Gott, gibt der wenige B. Ne, anfangs habe ich mich nur über Zoe Pay gefreut, aber jetzt denke ich mir nur so. Bruder. Muss los. Ne, nach der Aufnahme erstmal wieder Pokémon Master zu spielen, obwohl nein. Viel lieber, ich spiele jetzt erstmal die Dwayne Quest XI S. Ich strahle das schicksalsdefinitive Edition Demo durch. Obwohl ich gerade nicht weiß, wann das Video wahrscheinlich, ich glaube am Ende des Monats kann auch sein, dass ich das Spiel bis dahin habe. Dass das Video veröffentlicht ist. Weil es gibt so drei Spiele, ich weiß ja gerade, so Reviewen, es gibt so drei Spiele, die ich halt vorgestellt habe. Das erste Link's Awakening, das zweite Ninokuni und das dritte ist Dwayne Quest XI. Ne. Und ich hole die halt alle zur selben Zeit ab. Ich hole mal keine zum Glück, was man in der Demo gespielt hat, übertragen. Aufs Main Game. Was echt geil ist. Ich hoffe jetzt auch heute meinen zweiten Final-Me-Sue-House-Run durch. Das Geo-Rock. Vor allem gibt's Kleinsch, da würde ich nur auf den Wagnisklippen. Ich habe den jetzt nur schon gemacht, weil er näher dran ist. Ich habe keinen Bock auf die Wagnisklippen, muss aber dorthin. Ich habe heute wieder unser erstes Punkt bekommen mit 6,5 oder so, damit wir uns mal an die Legis machen durften. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nur Geo-Rock gibt und nicht Kleinstellen. Das wäre schon ein bisschen seltsam, wenn man Kleinstellen erst so viel später im Spiel bekommt. Ja, dachte ich mir schon. Durch ein 1 Jahr ist schon noch ein Schillock. Ich dachte mir schon, das wäre schon ein bisschen seltsam, wenn er auf den Wagnisklippen nicht so sieb wäre und man... Ne. Schon strange gewesen, wenn man Geo-Rock in der Theorie vor Kleinstellen haben könnte. Es wird designtechnisch auch gar keinen Sinn ergeben, ne. Ne. Ich bin mir sehr sicher, dass Geo-Rock auch auf den Wagnisklippen gibt, ne. Aber... Warum soll ich denn die Wagnisklippen geben, wenn das hier viel chilliger ist? Ne. Das schaut sich auch nur die Waren-Fans an, so. Ne. Ich weiß, so der Shop-TV... Ne. Macht lustige YouTube-Kacke, so. Muss ich auch schon das eine oder andere mal lachen. Ne. Sagen wir mal ein bisschen enttäuscht, weil ich das verzeichnet, dass Ranger 1 sich komplettiert habe. Hat Ranger 2 überhaupt nicht geschaut. Ähm. Aber hier in Ranger 2 werde ich das tatsächlich machen. Weil ich auch nicht das Gefühl habe, weil... In Ranger 1... Da gab es ja diese Turniere, wo man Popo nur dort bekommen konnte, ne. Und da waren teilweise Sachen... Nehm ich jetzt mal... Keine Ahnung, ich glaube Simsala oder so. Ne, Simsala. Ich erzähle euch, was man für den machen musste. Also... Ich weiß gerade nicht, ob es er war oder irgendein anderes Psycho-Punkman, aber... Zuerst muss man... Ich glaube 2... Ne. Keine Ahnung, aber... Das war so eine 3-Stufen-Familie, ne. Musste man von der 1. Stufe 2 fangen, ähm... Damit 1 von der 2. Stufe erscheint. Musste man wieder um 2 von den fangen, was heißt, dass man 4 von der 1. Stufe fangen musste, Damit 2 von der 2. Stufe erscheinen. Die musste man dann wieder umfangen, damit das eine 3. Stufe erscheint. Und dafür hat man irgendwie 3 Minuten Zeit. Ja. Ne, sorry, aber das war mir dann auch ein bisschen zu bunt. Darauf hatte ich dann keinen Bock. Ne. Aber ja. Dann drehen wir jetzt wieder über SNS Online und so, ne. Ich glaube, was könnte man da bringen, ne. Keine Ahnung, sie könnten auch wieder... Unbekanntere Spiele so drauf bringen, ne. Star Fox... Star Fox und Star Fox 2, ne. Star Fox 2 war ja das nie veröffentlichte Spiel fürs SNS. Wo ich froh bin, dass sie das re-released haben, ne. Und konnte sie irgendwie nur spielen, wenn man es damals durchgespielt hat, auf dem SNS Mini. Still super Mario RPG könnte man auch bringen. Super Mario RPG! Das stimmt. Ne, das war so ein Square Enix. Mario RPG, das war das allererste Mario RPG vor der Paper Mario und der Braut Luigi Reihe. muss man sich mal überlegen mal schauen sein haben ja das jetzt 50 haben wir aber auch der 54 schelterer schelterer deckel 4 notwendig ich glaube ich kenne da 1 wir müssen auch noch im griseforst anscheinend einen hornyu fangen aber wir gehen jetzt erstmal zu schelterer und müssen dafür erstmal bei den wagnisklippen vorbeischauen bei den wagnisklippen da befindet sich ein hier ist das ding nochmal keine ahnung aber ich glaube der deckel 5 dann können wir uns sogar das erste regi holen was ich glaube ich sogar eher zuerst machen würde befindet sich ja beides an der selben stelle im griseforst das ist so viel schöner wenn man nicht irgendwelche aufträge machen muss sondern einfach nur ein paar hoch und fängt mehr sind diese partie ich versuche über irgendwelche random themen zu reden ne ich überlege immer noch ein paar ss themen nehmen über ss spiel die man ss online machen könnte keine ahnung man könnte ein paar unverpflichtete spiele oder so bringen falls es irgendwelche gab es auch noch keine ahnung wir wären 64 oder so auch lieber hätte ich gesagt oder gameboy gba ja stimmt gba könnte man auch bringen aber dann glaube ich nicht wohin wollte ich nochmal fliegen stimmt ja ranger feierung ist ja am nächsten an den wagnisklippen und an dem griseforst und du kommst auch schon mit ich werde auch nach jedem paar zu zählen wie viele punkte uns noch fehlen aber ich denke wir sind wir haben schon mindestens 10 gefangen so zuerst geht es an den wagnisklippen dann fangen wir kognorons weiterentwicklung rameidon aber ich hasse diese pokémon die sich tarnen können so gibt es ja auch noch giefer der uns fehlt gut naja ich bin froh dass dieser feld endlich weg ist das macht die wagnisklippen so viel angenehmer soja hier gibt es auch kleinen stein und georock das bricht mir da schon der hat hier decke 5 oder ja soviel kappe hat er ja nicht ne Wir wissen, ob das jetzt war bei den Wackels-Klippen. Okay. Ja, es ist tatsächlich Teckel 5 und ich glaube, das waren wir für das Legi, ich glaube, das war Regi-Eis, nee, Licht Regi-Eis, das Regi-Rock. Na ja, keine Ahnung, das ist ja direkt um die Ecke hier. Haben wir Vokano schon? Ja, stimmt, den hatten wir ja schon. Wir haben ja schon unser Bullion, das ist viel besser als das andere da. Ja, hier müsste der Brisefrustlösch sein. Aber wie kommt man hier hin? Oder sind die ganzen Bullion hier nur Deko? Wir müssen noch hier hin, oder? Na ja, ich schaue in die Screen war da unten. Ja doch, das müsste hier gewesen sein. Ne, wie gesagt, Shelltera müssen wir, müssen wir danach halt nochmal so den Wackels-Klippen. Ist nicht so schlimm, aber so ein Legendary-Pokemon, Leute. Was ist das hier, so ein Legi-Fang oder so ein Shelltera? Ja, definitiv das Legi. Ne, wir brauchen Tackle 5. 5 ist ja die höchste Stufe in dem Spiel. Das war Regi-Steel. Aber der brauchte fünster Trümmern und nicht 5 Tackle. Das war ein anderer, der 5 Tackle gebraucht hat. Stimmt, nach dem können wir dann auch suchen. Oh, jetzt hast du dieses Scheiß-Luxio. Na, ich werde mal kurz nach ganz unten in den Pokédex schauen. Was? Ah, keiner, okay. Keiner von den 3 hat das gebraucht. Ah, das tut mir natürlich leid, das wusste ich nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass ich einen Legi fangen kann. So bumst du das Ding mal weg. So, als nächstes müssen wir dann nach Hornu suchen. Ne, normalerweise wird das 10 machen einfach. Ne, wir haben ja jetzt minus 7. Machen das alles. Und der hat nur Tackle 4, ne? Oh mein Gott, freue ich mich schon jetzt. In einem wundervollen kleinen Hornu zu suchen in diesem Wald. Frank, wozu F*** soll dein Hornu sein? Okay, wir schauen uns alles an. Jeden einzelnen Zentimeter. Ach, das war auch so von diesem Pichu. Oder warte, ist das vielleicht ein Baum? So, du bist definitiv kein Hornu. Du bist kein Hornu, du bist ein Schillok. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in dem Scheiß Baum ist. Ich überlege gerade tatsächlich, diesem Baum nachzuschauen. Weil ich Bäume nie abschecke. Wie gesagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, warum ich auch laut mit irgendwelchen Pokémon aus der Scheißfamilie einlaufe. Komm, dann lass ich mal kurz Tackle 1, sag ich. Das tut eigentlich den kompletten Baum zerstören, wenn der einmal dagegen Tackle. Nein, das ist die Erentwicklung. Die Juck mich nicht. Nur wenn ich das mit Kugii würd' s' auch machen hier für Bäume. Dann fang ich auch eins. Der ist ja jetzt wieder wunderschön. Sag mir wo eins ist und ich bin weg und fange es und geh zum nächsten Hort. Du bist ein Schellkereien. Und kein... Wie heißt das Ding nochmal? Und kein Hornew. Ohne Scheiß, warum habe ich Hornew nicht? Das muss ja schon Grund haben, dass ich den nicht habe. Völlig ich wusste noch nicht mal, dass der ein Pokédex ist. Hier im Verzeichnis, sorry. Es sieht wunderschön aus hier. Das wäre doch ein guter Hort gewesen. Wenn das so ein Pokémon ist, das jetzt mit einer Quest-Auftauf, wir haben alle gemacht. So muss es ein Pokémon sein, dass es von Anfang an hier ist. Ist auch mobile, stimmt. Von Aira, ach komm Hörzukauf. Wo ist jetzt noch nicht verhindert, was ich reingesch laufen werde. Von Aira oder Mibor? Alter, was ist das für eine Klette? Was ist das für ein Frieden? Was soll das? Das Ding ist ja noch ätzend als Tali. Das kann nicht groß sein. Warte, kann es sein, dass das da unten ist? Weil man ist hier bis sehr spät, hätte man gar nicht herkommen können. Die Bunna. Ich will doch wohl nicht den Scheiß-Bohmstufs aufschneiden. Bitte. Die Bunna, ja, bitte. Und hier ist Hornio. Und hier hätte man auch Schildkirchen finden können. Und du kommst sofort her, du kleines Texting. Da ist meine Logik wieder zu hören. War mal wieder Logikfehler. Warum kriegt man Hortu versteckt und ist wie Boah? Ich hab jetzt gefühlt 5 Minuten für das Ding gesucht. Ich will nicht auf Aufträge. Ich will nicht auf Aufträge. Ich will auch verzeichnen es. Warum drücke ich immer auf Aufträge? So, also die ersten 60 haben wir auf jeden Fall. So, also die ersten 70. Nektroball fehlt uns anscheinend. Nummer 77. Den gibt es nämlich im Altru-Turm. Im oberen Teil, krass. Wusste ich. Die Dinger, die unterscheiden sich ja auch kaum vom Aussehen. So schnell hier nach Hafebrück. Ohne dass mich ein dummes Bibo mal wieder nervt. Das ist aber trotzdem lächerlich. Wie Hortu versteckt war. Dann ist das noch nicht mehr stark. Ja, ich kann jetzt gerade zum Altru-Turm sowieso hier gleich hinlaufen. Wenn wir schon hier vor Hafebrück sind. Vorhin, das ist dann auch noch im oberen Teil, das weißt du was. Wisst ihr was? Ich schwieg mich im oberen Teil hoch. Ich würd sagen, im oberen Teil beginnt ab hier. Also hier, das ist schon mal kein Dektroball. Sehr ja nervig sind sie da, aber sind sie da, mussten wir ja schon mal fangen. Amphi ist auch keins. Und Geowatz auch nicht. Nur die Urbewaner. Kani. Rassach. Absolut. Sind die Räuber eigentlich jetzt Pokémon? Nein, ich hab gehofft, dass man jetzt Markbarn hier zum Beispiel fangen kann. Aquana, du bist auch kein Voltoball, Leckoball, whatever. Egal wo. Also wo hatte ich schon. Kinder hatte ich schon mal bekämpft. Ja, dann fang ich's auch nicht. Und dann finden wir hier vielleicht ein Leckoball. Oder ganz oben. Ja, hier ist ein Tobi-Kies. Aber ein Tobi-Kies ist ja nicht dasselbe. Jetzt freu mich, dass er weiter in den Reinkant, äh, Blöbel, Glanz, Strahlt. So, wie das ist in einem der Räume jetzt? Oder ist das ein bisschen weiter unten? Na, aber das ist für mich der obere Teil. Ja, hier ist ein Tobi-Kies. 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 Ja, man kann mir nicht sagen, dass jetzt hier nichts mehr ist. In irgendeinem der Räume ist safe was. In den zwei oberen nicht, aber vielleicht im untersten, ne? So, Kani. Hier, komm, hier ist es. Oder auch nicht, ja, dann ist es weiter unten. Aber für mich ist das oberer Teil, ne? Nun ist es halt auch schwer zu definieren, was man dann mit oberer Teil, für mich ist es halt das. Oder ist hier ein Elektroball? Hier war doch ein Magneton, oder? War hier überhaupt ein Magneton im Hauptspiel? Äh, im Hauptspiel. Ich sag immer im Hauptspiel, ne? Aber nein, das heißt nicht Hauptspiel. Das heißt, blödes, dummes Absol. Hier ist mal in der Hauptgeschichte. Wo war doch hier ein Magneton, oder? Im Raum drüber. Schauen wir mal hier im Raum nach. Hier gibt es Knarxel. Knarxel ist kein Elektroball. Ich bin nur froh, wenn das Absolut mich nicht nervt. Die tut, glaube ich, Albert und Co. Okay, er freut sich über das Geburtstag, das Geschenk von Melodia. Alter, warum bleibt da ein Hund draußen? Ah, hier. Ah! Naja, okay. Vielleicht kann man das hier auch noch als oberer Teil sehen. Ich gehe doch nicht. Aber das Ding ist halt fucking schnell. Naja, dafür ist Wolltung bei bekannt... Elektroball bekannt, ne? Dafür ist ein Elektroball bekannt. Verzeichnis... So, die ersten 77 mindestens haben. Ich denke sogar, die ersten 80. Ja, wir haben die ersten 90 sogar. Kommt, die ersten 100. Ja, wir haben die ersten 100. Okay, ja, nach Apferos. Als ob... Wo war denn das? Feierungs... Als ob ich Griffel nicht hab! Das ist mir sowas von peinlich. Als ob ich Griffel nicht hab. Griffel! Griffel! Das ist ein Purz! Und ich hab das Ding nicht! Oh mein Gott, bin ich beschissen in dem Spiel! Ne, X-Bud, den haben wir! Jetzt hab ich grad an meiner eigenen Intelligenz zweifeln. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich Ambitifel nicht hab und Griffel schon! Ne? So, und dann hab ich ja bald gesehen, oh, schaubern bitte für schon! Ja, dafür hab ich Griffel nicht! So ein Glück ist ja direkt manieren, ne? Ich schweifle manchmal meine eigene Intelligenz, ne? Wie ganz ehrlich, weil ich Ambitifel hab, aber Griffel nicht! Denn sie ist doch gefühlt jeden Tag da rumspazieren und denk mir, oh, gut, dass ich den schon gefangen hab! Und dann hab ich den noch nicht! Jetzt wisst ihr, wenn ihr schaut, ich wollt schon wieder auf Aufdrängen gehen, aber nein, diesmal nicht! So, Griffel, Ambitifel! Ja, okay! Wo ist denn der? Roma Hochland! Und bei der Höhle, ich brauch Teckel 3! Okay, Teckel 3 kriegen wir um die Ecke! Aber ich werd mir auch noch, ähm, also ich krieg Teckel 5 um die Ecke! Ich werd mir jetzt mal nen Staraptor holen, bevor ich so den Wacken skippen geh und mir, ähm, Dingens hole! Ne, ich glaub, der nächste, der uns fehlt, der ist nicht grad weiter entfernt, ich glaub, zwei Dinger haben wir weiter unten! Ich hab mir noch nach dem letzten Part nachgeschaut! Auf jeden Fall bin ich, äh, echt stolz, dass ich anfangs und auch gegen Ende sehr viel Wert darauf gelegt hab, so gut wie alle Pokons zu fangen, ne? Ja, ich brauch die Scheiße gar nicht! Ne, Dodo brauch ich, Sputalanda ist stark! Ne, Dodo brauch ich! Sputalanda ist stark! Ne, wie kann ja sein, dass wir Zitrümmern irgendwann mal brauchen, dann ist es gut, dass ich das Ding dabei hab! So, die Floor ist oben bei der Höhle, im Krummer Hochland, direkt beim Eingang der Krummer Ruinen, oder? Ich hoffe, diese Staravia, die mich immer wieder angreifen! Und dann fragt man mich, ja, warum hast du die, die Wacken skippen, den Pokémon Ranger, findest du das überhaupt noch nicht? Ja, genau deswegen! Den hab ich ja schon, ne? Ich hab Lavika noch nicht! Oh mein Gott! Wir laufen hier die ganze Zeit drüber dran vorbei, ne? Ich mein, früher oder später hätte ich's gefangen, aber... Krass! Wir brauchen hier einen alten Freund! Hallo alter Freund! Ich bin's! Femmer Seth Kuhn! Dann hast du dich an mich! Der hätte auch, glaub ich, irgendwie einen neuen Schaden oder so gemacht, und das weiß wir noch nicht Gestein Minus hatten! Stimmt, ich kann aus irgendeinem Grund hier nicht fliegen! Ich hab keine Ahnung, welcher Vollpfosten auf die Idee gekommen ist, so... Ja, also... Seid ihr euch sicher? Die Leute werden die Wacken skippen nicht mögen! Ah ja, keine Sorge, wisst ihr... Ne, warte! Es geht anders so! Da war so ein Meeting, da bei Hell Laboratories, wo man gefragt, ja, wie guck mal die Wacken skippen, schlimmer, Mann! Der eine sagte so, hier wird's mit der Staravia am Eingang immer wieder auf dem Spieler retten und ihm... Und so einem Kampf herausfordert! Gute Idee, Albert! Und was sagst du, Guni? Wisst ihr was? Wie wär's? Wenn... Wenn... Wir dann Stein platzieren, die man erst im Endgame wegmachen kann! Oh, gute Idee! Und was sagst du? Äh... Warte, wo überhaupt ich mich vorhin noch aufgeregt ist? Weiß ich grad echt nicht mehr... Warte, wo wollten wir überhaupt hin? Guck mal Hochland! Ne... Äh... Ja, dann sagte der andere noch... Wie wär's, wenn wir da diese richtig langsamen Kletterpassagen machen und noch Skorga hinpacken, die einen direkt unterfallen lassen, wenn wir ihn treffen? Und dann noch so... Ja, wie wär's, wenn wir einen Ramaydon als Boss hinstellen und nach das Hauptstory, wenn man da Aufträge machen muss, dass jedes Mal, wenn es einen Ram 7 Schaden machen... Auch gute Idee, ne... Am Ende waren alle befördert... Warte, da stand doch... In der... Höhle oben... Ah, in der... Warte, in der Höhle... Ich hasse diese Bibor! Das ist ja schon nicht normal, ne... Aber man, die in der Höhle... Ah... Hier, booms, das Ding mal weg! Bam! Das hier war ich wirklich gar nicht vor... Ich seh grad, wir haben noch 7 Minuten, also... Also, auf jeden Fall hat's ein uniques, ein Schema, finde ich schon mal ein sehr gut... So... Alter, wie oft werde ich noch auf Aufträge klicken... Ich muss auch verzeichnen... Ja, hier, 118... Yanmar... Auf dem Feierigungsweg... Wo zum Teufel war dort ein Yanmar? Wo zum Teufel... War dort... Ein Yanmar? ich bin froh, dass wir den darauf Lavita schon gefangen haben ich glaube, wenn ich ausgerastet hätte, hätte ich das gesehen dass wir Lavita noch nicht haben bei Pupita und bei Disputa bei denen weiß ich, dass wir die auf jeden Fall schon mal gefangen haben das Porta war ja sogar notwendig ok, wo zum Teufel soll hier ein Yanma sein? ein Baum vielleicht? ich könnte ja mal einen Baum nachschauen, aber würde mich nicht wundern, wenn dort ein Biber oder so rauskommen würde und, oh, jetzt, oh, weiter richtig fies versteckt ich wäre nie auf die Idee gekommen, tatsächlich aber wir wissen ja, ein Baum können sich auch pugen und verstecken aber von wo haben wir ja ein Mega stimmt, der war ein Boss, oder? ja doch, ich habe den war ein Boss ok, Turbo noch 5 Minuten auf der Uhr womit machen wir weiter? auf jeden Fall nicht mit den aufregen auf jeden Fall kann ich glücklich sagen, dass wir die ersten 125 haben, Manki also so langsam, wenn wir mich das Spiel verarschen, oder? als ob ich Manki noch nicht habe teilweise habe ich das Gefühl, dass ich die wirklich schon mal gefangen habe aber das Spiel, das es nicht gezählt hat vor allem bei Girafarig oder habe ich das wirklich nicht gefangen und bin damals geflüchtet von dem Ding es gibt nur wenige Pupen, die ich offscreen gefangen habe, darunter Knackrack aber bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die schon mal gefangen habe und wer ist da jetzt aus mit seinem Motorrad oder was auch immer da am Nerven ich kann mir schon vorstellen, wo Manki ist daran kann auch sein, dass ich das noch aus Red Giants in Erinnerung habe, dass ich das dort hatte weil Junge, ich bin sehr zufrieden bisher mit den Pokémon, die wir schon hatten bei der Weiterentwicklung da weiß ich, dass ich das Ding schon habe krasshaft, wenn nicht, dann fresse ich den Besen und stelle das auf YouTube also ich würde das im Real Talk jetzt aufnehmen rivederci war hier ein Manki? nein, hier war ein stacher Bier, wo man jetzt in den Kampf reingerät frage mich, wie es Relaxen in dem Spiel gibt da war schon wieder ein stacher Bier das verfolgt mich ja die ganze Zeit dich suche ich was war das gerade schon seltsam bevor ich den gefangen habe das sah gar ein bisschen seltsam aus diesmal auch verzeichnet ich habe es schon noch nicht ich habe den Stolz, ich wollte es gerade abschicken, wo ich es schon habe glück ist ja direkt um die Ecke, Steuerrag ist in der Bekanhöhle linker Eingang, hä? das passt doch jetzt null hin und vor allem, ich war mir zu 100% sicher, dass ich Stol-Lunior schon hatte mein Bestolz ist da bewusst nicht zu 100% aber Stol-Lunior war ich mir eigentlich relativ sicher ja, fangen wir am nächsten ein paar Steuern ab, aber wie geht es schon mal in die Höhle wir müssen den linken Eingang für Stol-Lunior, das hätten wir in den rechten gemusst oh ne, ich denke den können wir lassen tatsächlich, ich denke der ist nützlich ich merke gerade, dass ich kein dass ich kein dass ich kein Staraptor bei mir habe naja, auf der Uhr haben wir hier nur noch eine Minute, dann werden wir im nächsten Part mit Pokémon Nummer 132 im Bezeichnungsanfang Steuerrag um das so ein bisschen Zeit sparen das war nicht viel aber ein bisschen dann müssen wir jetzt erstmal ein Staraptor fangen und zur Brudelande fliegen ganz ehrlich, ich denke, es wird ein großartiges Gefühl sein, wenn wir das Verzeichnis haben zum Glück sind es nicht alle Pokémon, alle über 400-500 da diesen Gen 4 gab einige fehlen so Mewtwo zum Beispiel ganz ehrlich, ich finde es krass, dass Mewtwo tatsächlich nicht ein Ranger ist aber ich glaube in Ranger 3 ist der wirklich dabei sogar ich glaube sogar der ist der Final Boss dann zumindest habe ich da mal was gesehen wie das Mewtwo in Ranger 3 ist aber nicht nur in Ranger 2 oh fuck, ich sehe gerade die Zeit schon gleich vorüber aber ja irgendwie nur noch so Brudelande, ne Leute, das war's für diesen Part, bis zum nächsten Mal Tschüss Süß Süß Bis zum nächsten Mal.